Mobilfunk – gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich neue Mobilfunktechnologien rasant entwickelt und der Mobilfunk ist zu einem bedeutend wirtschaftlichen Faktor geworden. Nun soll bis Ende 2020 die neue Mobilfunkgeneration 5G europaweit eingeführt werden. Da sich die 5G-Technologie im Mikrowellenbereich der elektromagnetischen Strahlung befindet und diese unter anderem durch Beton, Glas, Regen oder auch Bäume behindert wird, müssen neue Funkanlagen erstellt werden. Konsequenz? Die Strahlenbelastung wird dauerhaft erhöht. Im Gegensatz zur Mobilfunklobby warnen Wissenschaftler und Ärzte vor einem Ausbau der 5G-Telekommunikation, denn bereits seit mehr als zehn Jahren sind massive gesundheitliche Schäden durch Mobilfunkstrahlung in Studien nachgewiesen. Seither gibt es jedoch wenig aktuelle Untersuchungen, da von Seiten der Mobilfunkindustrie kein Interesse an Aufklärung und weiterer Forschung besteht. Es gibt Stimmen, die sogar behaupten, dass die Mobilfunkindustrie weitere Studien auf diesem Gebiet verhindere oder bewusst manipuliere, um die Fakten zu vertuschen. KlarTV hat für Sie die bis heute hochaktuellen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden durch Mobilfunk kurz zusammengefasst. Gesundheitliche Folgen? Die Studie aus der Ortschaft Naila in Oberfranken zeigt nach Messungen über einen Zeitraum von zehn Jahren, dass im Umkreis einer Mobilfunkantenne von 400 Metern Radius 41 Menschen an Krebs erkrankten. Im Radius von 400 bis 800 Metern erkrankten zwölf Personen. Die Krebsrate innerhalb des 400 Meter Radius der Antenne war somit um 300 Prozent höher. Diese Studienergebnisse wurden durch eine Studie in Belo Horizonte, Brasilien mit ca. 2 Millionen Beteiligten bestätigt. In Steinbach-Hallenberg war die Krebsrate in Antennennähe um das Achtfache erhöht. In mittelsten Nahe Cuxhaven erkrankten von 260 Einwohnern in Antennennähe 30 Personen an verschiedenen Krebsarten. Das ist mehr als jeder achte Einwohner. Dr. Oberfeld aus Salzburg veröffentlichte eine Studie, welche aufzeigt, dass in den Jahren 1984 bis 1997 im 200 Meter Radius eines C-Funkmasts bei den Anwohnern folgende Erkrankungen auftraten. 24-fache Steigerung von weiblichem Brustkrebs. Über 100-fache Steigerung von Gehirntumoren. Gesamthaft 8-fache Steigerung anderer Krebsarten. Im Jahr 2002 wurden im Spanischen Valadolid 36 Mobilfunkantennen, die sich in der Nähe einer Schule befanden, per Gerichtsbeschluss stillgelegt. Grund dafür war, dass innerhalb kurzer Zeit 13 Schüler an Leukämie erkrankten. Eine italienische Studie aus dem Jahr 2001 belegt, dass die Kinderleukämie-Rate im Umkreis einer Mobilfunkantenne um 220 Prozent anstieg. Statistische Daten von Rostat und UNICEF zeigen, dass folgende Kinderkrankheiten infolge Handynutzung bei 15- bis 19-Jährigen in den Jahren 2000 bis 2009 massiv anstiegen. Neurologische Störungen plus 58 Prozent. Bluterkrankungen und Störungen des Immunsystems plus 82 Prozent. Epileptische Erkrankungen plus 36 Prozent. Störungen des zentralen Nervensystems plus 85 Prozent. Eine dänische Studie mit 13.000 Kindern aus dem Jahr 2008 zeigt, telefoniert eine schwangere Frau regelmäßig mit dem Handy, steigt das Risiko, dass das Kind ADHS entwickelt, um 50 Prozent. Bei Kindern, die ein Handy vor dem siebten Lebensjahr benutzen, steigt dieses Risiko auf 80 Prozent. Im Jahr 2009 wurde im italienischen Brescia vom Oberlandgericht ein Urteil gefällt, welches auch vom höchsten Gericht in Rom bestätigt wurde. Der Gehirntumor eines Angestellten ist auf sein geschäftlich bedingtes, stundenlanges Telefonieren mit Handy und Schnurrlostelefon zurückzuführen. Die Richter schlossen industriefinanzierte Gutachten als nicht glaubwürdig aus und stützen sich nur auf Industrieunabhängige. Die WHO hat 2011 hochfrequente elektromagnetische Strahlung in die Kategorie 2b der krebserregenden Stoffe eingestuft. 31 Experten aus 14 Ländern revidierten die bisherige Sicht, dass Funkstrahlen nur Gewebe erwärmen. Krebs ist ein nicht-thermischer Effekt. Der Geldrolleneffekt Ein gesundes Blutbild weist einzeln erkennbar rote Blutkörperchen auf. Telefoniert jemand mit dem Handy, beginnt sich das normale Blutbild zu verändern. Bereits nach 3 Minuten sind die roten Blutkörperchen so zusammengeballt, dass sie wie Geldrollen aussehen. Der Dauerzustand dieses Blutbildes birgt die Gefahr von Gerinnselbildungen des Blutes, was zu Schlaganfall, Herzinfarkt oder Lungenthrombose führen kann. Ihre führender Grenzwert Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen Körper um 1 Grad Celsius erwärmt. Langzeitwirkungen bleiben unberücksichtigt. Arthermische Wirkungen, damit sind Wirkungen gemeint, die nicht auf Wärme basieren, wie beispielsweise die krebsfördernde Wirkung durch Störung der Zellmembran und der Erbsustanz, werden nicht berücksichtigt. Das wäre, wie wenn man die Höhe radioaktiver Strahlung nicht mit dem Geigerzähler, sondern mit dem Thermometer messen und diese dann als unbedenklich einstufen würde. Folgen für die Landwirtschaft 1997 wurde eine Mobilfunkantenne neben einem Bauernhof in Oetschingen, Bayern errichtet. In den folgenden 13 Jahren entstanden dem Bauern an einem Kuhbestand von durchschnittlich 10 Kühen folgende Schäden. 25 an Immunschwächen verendete Kühe, 75 Frühabgänge bzw. Totgeburten und katastrophale Blutbilder der Kühe. Die Schadenssumme belief sich insgesamt auf 70.000 Euro. Eine bayerische Rinderstudie aus dem Jahr 2000 zeigt mehr als 16 Mal so viele Missbildungen bei Landwirtschaftsbetrieben, die mit Mobilfunk bestrahlt waren. Wirtschaftliche Folgen Ein Hirntumor wird je nach Art mit Operation und Strahlentherapie oder mit Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie behandelt. Die Kosten allein für die Chemotherapie bei einem Hirntumor liegen bei 20.000 Euro. Eine Hochrechnung im Jahr 2009 ergab, dass Deutschland 14 Milliarden Euro für die Behandlung von Krebs ausgab. Die Kosten aller Krebserkrankungen in der EU betrugen im Jahr 2009 127 Milliarden Euro. Davon entfielen auf das Gesundheitssystem 51 Milliarden Euro, auf Produktivitätseinbußen durch frühen Tod 43 Milliarden Euro, auf Arbeitsausfall 9,4 Milliarden Euro und auf Pflege durch Angehörige 23,2 Milliarden Euro. Wirtschaftliche Folgen zeigen sich aber auch immer klar beim Wertverlust von Immobilien. Immobilienmakler und verkaufende Eigentümer erleben Mobilfunkantennen als sehr hinderlich im Verkaufsgespräch. Wertminderungen der Immobilien von bis zu 50 Prozent sind keine Seltenheit, wenn in der Nachbarschaft oder auf dem eigenen Dach ein Mobilfunkmast aufgebaut ist. Sehr verehrte Damen und Herren, würden heutzutage die vorher genannten Studien wiederholt, so müsste mit wesentlich mehr gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden gerechnet werden, da die Strahlenbelastung mit der Einführung jeder neuen Mobilfunkgeneration jeweils enorm angestiegen ist. Gegen die zunehmende Strahlenbelastung kann man als Bürger Folgendes tun. Im persönlichen Umfeld kann die Strahlenbelastung zum Beispiel durch Abschalten des WLAN bei Nichtgebrauch und das nächtliche Umschalten des Handys in den Flugmodus reduziert werden. Noch besser wäre es auf WLAN, Deckt und Handy ganz zu verzichten. Um einen weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes in Form von neuen Antennen jedoch zu verhindern, ist die Verbreitung der eben genannten Fakten an Verantwortungsträger in Politik und im Gesundheitswesen dringend notwendig. Noch haben zum Beispiel viele Politiker keinerlei Kenntnis über die krassen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung und können deshalb von der Mobilfunklobby mühelos für Netzerweiterung gewonnen werden. Wer jedoch diese Studien kennt und tatsächlich Volksvertreter ist, wird einer weiteren Zunahme der Strahlenbelastung entgegentreten. Am 29. Januar 2018 empfahl die Vorberatende Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Schweizer Ständerates, die Mobilfunkgrenzwerte in der Schweiz zu erhöhen. Es solle damit ein angeblicher Kollaps der Mobilfunknetze verhindert werden, da die Auslastung der bestehenden Mobilfunkinfrastruktur stark zugenommen habe. Es sei wichtig, die heimische Wirtschaft konkurrenzfähig gegenüber der EU zu erhalten. Außerdem sollen die nötigen Voraussetzungen für die Einführung der nächsten Mobilfunkgeneration, auch 5G genannt, geschaffen werden. 5G soll bis 2020 in der Schweiz sowie in den Ländern der EU eingeführt werden. Es wird als das neue Mobilfunknetz bezeichnet, das alles mit dem Internet verbinden könne. Zum Beispiel Autos mit Autos und einem Verkehrsleitsystem, das Pulsmessgerät mit einem Arzt, öffentliche Abfalleimer mit der Müllabfuhr und so weiter. Mobilfunkstrahlung wird allgemein auch als elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich bezeichnet. Für die 5G-Technologie steht das Frequenzband der elektromagnetischen Strahlung im Mikrowellenbereich von 6 bis 100 GHz im Zentrum. Noch steht aber nicht fest, welche Frequenzbereiche tatsächlich genutzt werden. Weil Mikrowellen im Unterschied zu Radiowellen schon durch Glas, Regen und Bäume behindert werden, müssten für die 5G-Technologie alle paar hundert Meter neue Funkanlagen erstellt werden. Konsequenz? Die Strahlenbelastung würde dauerhaft erhöht. So richteten am 12. September 2017 mehr als 180 Wissenschaftler und Ärzte aus 36 Ländern zur Einführung von 5G folgenden Appell an die EU-Länder. Wir, die mehr als 180 unterzeichnenden Wissenschaftler und Ärzte von 36 Ländern, empfehlen ein Moratorium beim Ausbau der fünften Generation für Telekommunikation, bis potenzielle Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vollständig durch industrieunabhängige Wissenschaftler erforscht wurden. 5G wird die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern im Hochfrequenzbereich stark erhöhen. Es ist erwiesen, dass elektromagnetische Felder im Hochfrequenzbereich für Menschen und die Umwelt schädlich sind. Trotz dieses Appells kam es zu keiner Änderung der Strategie des Ausbaus von 5G, weder in Deutschland noch in den anderen EU-Ländern. Bis heute gibt es kaum Forschungsergebnisse dazu, welche Auswirkungen die Mobilfunkstrahlung im Frequenzbereich von 5G auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen hat. Bekannt ist aber, dass beim 5G-Spektrum aufgrund der kurzen Wellenlänge von 5 cm bis 3 mm die gesamte Strahlungsenergie von der Haut aufgenommen wird. Eine international präsentierte Studie der Hebräischen Universität in Jerusalem zeigte, dass die durchschnittlich 2 bis 4 Millionen Schweißdrüsen in der Haut auf diese kurzwellige Strahlung wie Antennen reagieren. Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und unter anderem an der Regulierung des Immunsystems beteiligt. Öffentlich wenig bekannt ist, dass nicht erst seit der geplanten Einführung des 5G die gesundheitsschädigende Wirkung von Mobilfunkstrahlung auf Menschen und Tiere wissenschaftlich nachgewiesen ist. Die Mobilfunkindustrie hat schon lange davon Kenntnis, wie unter anderem folgendes Beispiel zeigt. Im Jahr 1999 beauftragte T-Mobile das Ökologinstitut in Hannover, den Wissensstand über die gesundheitlichen Auswirkungen des Mobilfunks auf Menschen und Tiere auszuwerten. Die Auswertung der vorhandenen Studien zeigte unter anderem eine krebsfördernde Wirkung hoffrequenter elektromagnetischer Felder bei stärker belasteten Bevölkerungsgruppen und bei Tieren. In Experimenten, die an Zellkulturen durchgeführt wurden, waren direkte Schäden an der Erbsubstanz nachweisbar. Im Mai 2000 war die Auswertung durch das Institut abgeschlossen und wurde an den Auftraggeber Timo Beil übergeben. Dieser ging damit jedoch nicht an die Öffentlichkeit, sondern versucht bis heute darüber Stillschweigen zu bewahren. So kam es, dass Ökolog selbst die Studie ins Deutsche übersetzte und veröffentlichte. Die ausführliche Studie kann unter folgendem Link nachgelesen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, trotz dieser bekannten Fakten hat sich die Mobilfunkindustrie dazu entschieden, öffentlich zur Schädlichkeit von Mobilfunk für Menschen und Tiere zu schweigen. Auch immer mehr Politiker scheinen den weiteren Ausbau des Mobilfunks in Form von 5G und damit den Profit der Industrie vor den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung zu stellen. Deshalb verbreiten Sie diese Sendung. Nur eine Aufklärungsbewegung vom Volk wird Politiker dazu bewegen können, die Erhöhung der Mobilfunkgrenzwerte und die zunehmende Belastung durch Mobilfunkstrahlung zu stoppen. Wenn die ersten Sonnenstrahlen am Morgen durchbrechen, ist die Zeit der Nacht schnell vorbei, denn das Licht der Sonne ist stärker als die Finsternis. und die erste Sonne ist stärker als die Finsternis. Und das Licht der Sonne ist stärker als die Finsternis. Und das Licht der Sonnenstrahlung Untertitelung des ZDF, 2020 Allein in Deutschland mit ca. 80 Millionen Einwohnern gibt es über 260.000 Mobilfunkanlagen, über 100 Millionen Handys und über 50 Millionen Deckt-Schnurlos-Telefone. Die Antennen sind allgegenwärtig und es gibt kaum noch Orte, die nicht von der gepulsten, hochfrequenten Strahlung erreicht werden. Durch Forschungsergebnisse und Beobachtungen an der Umwelt wird jedoch immer deutlicher, dass gepulste, hochfrequente Strahlung gesundheitliche Schäden verursacht. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Dokumentation zum Thema Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr. In dieser Dokumentation führen wir Sie Schritt um Schritt in eine Beweisführung ein, die jeder Laie nachvollziehen kann. Als Orientierung werden Ihnen rote Fragesätze dienen. So bringen wir Stufe um Stufe Licht in die verborgenen Gefahren dieser Technologie. Durch die 26. Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz soll die Bevölkerung durch Festlegung von Grenzwerten vor diesen Gefahren geschützt werden. In einem ersten Schritt unserer Dokumentation klären wir nun die Frage, bieten diese Grenzwerte einen realen Schutz? Die natürliche Strahlung ohne Mobilfunkbelastung beträgt 0,000001 Mikrowatt pro Quadratmeter. Der Grenzwert für UMTS-Netz in Deutschland wurde auf 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter festgelegt. Bereits hier müssen wir innehalten und die Frage stellen, kann es gut sein, wenn Menschen einen von der Natur vorgegebenen Wert um das Billionfache erhöhen und dies als unbedenklich erklären? Ist die Natur so dumm oder der Mensch so intelligent? Wie kam dieser Grenzwert zustande und wer hat ihn festgelegt? Wir befinden uns hier in München vor dem Gebäude der ICN-IRP. Dies bedeutet International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Zu Deutsch, Internationale Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung. Dieser private Verein schlägt Strahlengrenzwerte für die ganze Welt vor. Was ist das für ein bedeutsamer Verein? Die Mitglieder dieses Gremiums werden nicht gewählt oder von einer Regierung bestimmt, sondern nur sie berufen ihre Mitglieder. Meist sind es Personen, die eine bedeutende Stellung in der Wirtschaft innehaben. An dieser Stelle zitiere ich Professor Bernhard, Vorsitzender der ICN-IRP. Wenn man die Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt. Dann wird der Standort Deutschland gefährdet. Wie beurteilen aber unabhängige Experten diese Vorgabe des ICN-IRP? Prof. Dr. Neil Cherry, ein anerkannter Experte, prüft als Beauftragter der neuseeländischen Regierung die Vorgaben des ICN-IRP. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass die Vorgaben ernsthaft fehlerhaft, ein Muster von Voreingenommenheit und außerdem absichtliche Verdrehung sind. Trotz größter Bedenken namhafter Wissenschaftler übernahm die deutsche Regierung und die WHO die Vorschläge des industrienahen Gremiums. Die Grenzwertfestlegung für die ganze Welt geht auf diesen industrienahen Wirtschaftsverein zurück. Hier sind wir an der Wurzel. Welche Interessen mag diese private Organisation wohl vertreten? Waren die Mitglieder dieses privaten Vereins wohl nur und ausschließlich um das Wohl der Gesundheit der Menschheit besorgt? Was besagt nun dieser Grenzwert? Auf welcher Grundlage beruht er? Wir zitieren Prof. Bernhardt. Zweifelsfrei verstanden haben wir bei den Funkwellen nur die thermische Wirkung. Und nur auf dieser Basis können wir derzeit Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf krebsfördernde Wirkungen und Störungen an der Zellmembran. Wir untersuchen diese Aussage von Prof. Bernhardt anhand eines Schaubildes. Er sagt mit anderen Worten, wir haben die Physik, er nennt die Wärme, zweifelsfrei verstanden, aber von der Biologie und der Chemie haben wir noch nicht so viel Ahnung. Deshalb müssen wir die Biologie und die Chemie ausblenden. Ein kleiner Comic illustriert das Verhalten dieses Gremiums in trefflicher Weise. Beim Schulausflug fragt der Schüler den Physiklehrer. Ist dieser Fliegenpilz gefährlich? Ist es gefährlich, wenn ich dir aus einem Meter Entfernung einen Stein an den Kopf werfe? Aua. Ja. Ist auch gefährlich, wenn ich das gleiche mit dem Fliegenpilz tue? Nein. Nein. Der Schüler ist beruhigt, denn nach den Gesetzen der Physik ist der Fliegenpilz ungefährlich. Der Physiklehrer kann sich nicht erklären, warum der Schüler nach dem Verzehr des Fliegenpilzes krank wird. Das Fundament des Grenzwertes beruht auf der Annahme, dass es nur auf Wärme basierenden Wirkungen, das heißt nur bei physikalischen Vorgängen, Wirkungen durch Mobilfunkstrahlung gibt. Der Grenzwert bezieht sich auf einen leblosen Körper und berücksichtigt die biologischen Wirkungen in unserem lebenden Körper in keinster Weise. Jegliche Wirkungen, die nicht auf Wärme basieren, werden vehement bestritten, da ansonsten den gesetzlichen Grenzwerten jede wissenschaftliche Grundlage entzogen wäre. Hier nun eine Definition des Grenzwertes. Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen Körper um 1 Grad Celsius erwärmt. Langzeitwirkungen über 30 Minuten bleiben unberücksichtigt. Der Grenzwert schützt somit tote Materie vor einer Erwärmung für einen Zeitraum von 30 Minuten. Wir sind ein lebendiger Organismus. Wir werden meist 24 Stunden vom Mutterleib an dauerbestrahlt. In unserem Körper laufen unzählige komplizierte biologische Prozesse ab. Selbst das ICNIRP-Gremium muss in seinen Richtlinien einräumen, dass der Grenzwert nur vor kurzfristigen, unmittelbaren, gesundheitlichen Auswirkungen durch erhöhte Gewebetemperaturen schützt. Alle Fachleute sind sich jedoch einig, dass zum Beispiel von WLAN keine Wärmegefahr ausgeht. Die Grenzwerte schützen vor etwas, was letztlich gar keine Gefährdung darstellt und sind somit eine artlistige Täuschung der Bevölkerung. Bei der Grenzwertfestlegung wurden die nicht-thermischen, biologischen Effekte nicht berücksichtigt. Wirkungen zum Beispiel auf Nerven oder Hormone wurden völlig ausgeblendet. Würde jemand die Höhe radioaktiver Strahlung mit dem Thermometer statt mit dem Geigerzähler messen und aufgrund dieser thermischen Messung die Radioaktivität als ungefährlich einstufen, würde man ihn für verrückt erklären. Beim Schutz vor Mobilfunkstrahlung wird uns jedoch gerade dies als Wissenschaft verkauft. Sehr geehrte Zuschauer, wir haben gezeigt, dass die gültigen Grenzwerte unverantwortlich sind. Dies bestätigt auch die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, STOA. Die Besorgnis der Öffentlichkeit ist nicht unbegründet. An Stellen mit Langzeitbelastung sollten 100 Mikrowatt pro Quadratmeter nicht überschritten werden. Haben sich unsere Wissenschaftler und Experten bei der Grenzwertfestlegung in Deutschland um 15er Potenzen geirrt? Dann steht uns ein Mobilfunk-Gaube vor. Gegenstimmen von namhaften Wissenschaftlern bestätigen diese Befürchtung. Professor Folger von der Technischen Hochschule Aachen sagte bereits im Jahre 2001, die Behauptung einer Schutzwirkung der Grenzwerte ist als wissenschaftliche Falschinformation anzusehen. Dies entspricht rechtlich allen Merkmalen des Betrugs und schließt grob fahrlässige bis absichtliche Gefährdung und Körperverletzung ein. Wir möchten nun in einem zweiten Schritt unserer Dokumentation klären, ob es biologische Wirkungen durch Mobilfunkstrahlung gibt. Bereits 1992 hat die Strahlenschutzkommission im Bundesanzeiger Nummer 43 vom 3. März 1992 über spezielle Effekte, die nicht auf Erwärmung beruhen, geschrieben. Die Membraneffekte-Zellschädigungen wurden vielfach bestätigt, sodass ihre Existenz heute als gesichert gilt. Wenn diese Effekte schon damals als gesichert galten, warum wurden diese bei der Grenzwertbestimmung ignoriert? Wir werden nun einige unabhängige wissenschaftliche Studien unter die Lupe nehmen, um das Vorhandensein biologischer Wirkungen von gesundheitlicher Bedeutung zu belegen. Wir beginnen mit der sogenannten Salford-Studie. Bei dieser Studie eines schwedischen Wissenschaftlers wurden drei Gruppen von je acht Ratten in insgesamt über 1000 Versuchen mittels eines Handys mit unterschiedlicher Leistung nur zwei Stunden konstant bestrahlt. Durch diese Strahlung öffnete sich die Bluthirnschranke, die verhindert, dass toxische Giftstoffe in unser Gehirn gelangen können. Die Schäden, die dadurch entstehen, sind irreversibel. Die Beweissicherheit liegt bei 99,8 Prozent. Wir kommen zu einer weiteren Untersuchung, die belegt, dass die durch den Mobilfunk hervorgerufene elektromagnetische Mikrowellenstrahlung eine biologische Wirkung in unserem Körper hervorruft. Es geht um unser Blut. Wie unsere roten Blutkörperchen auf die Strahlung reagieren, zeigt der sogenannte Geldrolleneffekt. Guten Tag, mein Name ist Herbert Jung, ich bin Heilpraktiker, Homöopath seit ca. 20 Jahren. Im Laufe meiner Tätigkeit habe ich festgestellt, dass es immer mehr Heilhindernisse gibt, die durch Mobilfunk verursacht sind. Auch immer mehr Krankheiten, zum Beispiel wie Schlaganfall oder Hyperaktivität bei Kindern oder verschiedene Krankheitsbilder entstehen oder Bluthochdruck nur durch Mobilfunk. Das war der Grund, weshalb ich mich dann auch mit der Dunkelfeldmikroskopie beschäftigt habe, weil das aus meiner Sicht die einzige Methode ist, in der wir das bildhaft feststellen, wie gravierend sich der Mobilfunk auswirkt. Ich nehme jetzt von einer Testperson, die keine Mobilfunkbelastung ausgesetzt war oder ist, einen Tropfen Blut ab und dann werden Sie nachher sehen, wie sich das auswirkt. Jetzt können Sie den Blutstoffen, den wir abgenommen haben, sehen Sie jetzt auf dem Plätzchen und damit können wir unter das Mikroskop gehen. Da können wir sehen, wie sich das Blut jetzt zeigt. So, jetzt lege ich das Blutplätzchen auf das Mikroskop. Ja, da sehen Sie jetzt das Vitalblut von Patienten, der keiner Mobilfunkbelastung ausgesetzt ist. Da sehen Sie, dass die Erythrozyten schön frei sind. Das Blutserum ist zu sehen. Es sind auch keine Spinnwebennetze, also Filide drin. So, und dann, denke ich, machen wir mal den anderen Test, wie das Blut aussieht bei der gleichen Testperson. Nach drei Minuten Mobiltelefonieren. So, ich werde jetzt wieder das Handy einschalten. Hallo? Ja, jetzt hat die Testperson drei Minuten Mobiltelefoniert. Jetzt wollen wir mal gucken, was das gemacht hat. Jetzt nehmen wir Blut ab, um das zu dokumentieren. So, jetzt haben wir das Blut nach circa drei Minuten Mobiltelefonieren. Mal gucken, was das jetzt macht. So, das ist Blut von der gleichen Testperson, wo es vorhin schön auseinander war. Und jetzt sehen Sie mal, wie die rohen Blutkörperchen alle zusammengeballt sind als Geldrollen. Dann kann das Blut natürlich nicht mehr seine Arbeit leisten. Wenn das ein Dauerzustand ist, fühlt sich irgendwann ein starker Thrombus. Und je nachdem, wo der Thrombus sich festsetzt, im Gehirn gibt es einen Schlaganfall. Wenn es Herz ist, Herzinfarkt oder Lunge oder Thrombose, wo auch immer etwas überlebt oder gelähmt ist, das ist dann die Frage. Sowohl die Saalford-Studie als auch die Aufnahme im Dunkelfeld-Mikroskop beweisen, dass es Wirkungen gibt, die nicht auf Wärme beruhen und die einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Über Auswirkungen der Dauerbestrahlung durch Sendemasten auf die Gesundheit der Bevölkerung gibt es weltweit keine Langzeitstudien. Nur die einer privaten Ärzteinitiative in Naila, die sogenannte Naila-Studie. Wir befinden uns hier in Naila in Oberfranken. Hier haben örtliche Ärzte in einer Langzeitstudie über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren Krebsneuerkrankungen dokumentiert. Dabei haben sie untersucht, ob Menschen, die in einem Radius von 400 Meter um den Mobilfunksender wohnen, häufiger an Krebserkrankten als Menschen, die in einem Radius von 400 bis 800 Meter wohnhaft sind. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden. Nach fünf Jahren konnte zwischen diesen beiden Gruppen kein wesentlicher Unterschied an Neuerkrankungen festgestellt werden. Im Zeitraum vom sechsten bis zum zehnten Jahr der Studie stellten die Ärzte jedoch eine um circa 300 Prozent erhöhte Krebsrate im inneren Radius fest. Zudem erkrankten die Menschen dort in einem deutlich jüngeren Alter an Krebs. Somit zeigt die Studie eindrucksvoll, dass Krebserkrankungen durch Mobilfunkstrahlung nicht sofort, sondern zeitversetzt auftreten. Die Ergebnisse der Ärzte in Naila wurden durch eine Studie in Bella Horizonte in Brasilien mit circa zwei Millionen Beteiligten bestätigt. Zahlreiche weitere Studien könnten noch angeführt werden. Eine internationale Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern, Forschern und Fachleuten für öffentliche Gesundheitspolitik kommt nach der Auswertung von über 2000 wissenschaftlichen Studien zu folgendem Ergebnis. Die existierenden Grenzwerte bieten keinen Schutz für die Volksgesundheit. Es wird empfohlen, neue, auf biologischer Basis gründende Grenzwerte einzuführen. Wir fassen zusammen. Die angeführten Studien belegen die Existenz von biologischen Wirkungen, die nicht durch Hitzwirkungen des elektromagnetischen Feldes verursacht sind, sondern durch dessen athermische Wirkung. Somit kommen wir nun zum dritten Schritt unserer Dokumentation und stellen folgerichtig die Frage, wirken sich diese nachgewiesenen biologischen, athermischen Effekte negativ auf unser Leben aus? Der Baubiologe Mahers berichtet. Die Klagen werden lauter, dass körperliche und seelische Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, ständige Müdigkeit, Ohrenrauschen, Hormon, Nerven, Herz- und Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefizite, Hyperaktivitätsstörungen, ADHS, Gereiztheit, Allergien, Ängste, Sehstörungen und allgemeines Unwohlsein auftraten, gleich nachdem man in der Nähe neue Mobilfunksender installiert hatte oder deckt Haustelefone Einzug hielten. Leider haben statistische Daten, die 2009 und 2010 von Rostat und der UNICEF veröffentlicht wurden, aufgezeigt, dass es seit dem Jahr 2000 eine kontinuierliche Zunahme von Kinderkrankheiten gab, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Handynutzung zurückzuführen sind. Zu den alarmierenden Fakten dieser Untersuchung. Besonders besorgniserregend ist die Zunahme von Erkrankungen unter jungen Menschen zwischen 15 und 19 Jahren im Vergleich zum Jahr 2000. Störungen des zentralen Nervensystems stiegen um fast das Doppelte. Bluterkrankungen und Störungen des Immunsystems erhöhten sich um über 80 Prozent. Neurologische Störungen um über die Hälfte plus 58 Prozent. Und epileptische Erkrankungen um plus 36 Prozent. Die Behauptung, Handys machen dumm, spiegelt sich in den zunehmend schlechteren Leistungen der Schüler wieder, denn Folge von Handy-Telefonaten sind Gedächtnisstörungen, Konzentrationsmängel, Kopfschmerzen, Ohrensausen und ähnliche Symptome. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Elektrosmogs zeigen wir Ihnen nun an einem Fallbeispiel den Alltag an einer deutschen Schule. Sicherlich kein Einzelfall. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz. Vielen Dank. Herr Weiner, vielen Dank, dass Sie als Strahlenexperte zu uns an die Schule gekommen sind. Gerne, gerne. Viele Schüler an unserer Schule sind unkonzentriert. Etliche zeigen überraschend schlechte Leistungen. Einige sind hyperaktiv und andere wiederum depressiv. Kann das mit den Strahlungen zusammenhängen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es am eigenen Leib so erlebt, bin elektrosensibel geworden. Und man muss einfach wissen, gerade bei Kindern und Jugendlichen richtet die Strahlung am meisten an, weil die im Wachstum sind. Und was ganz wichtig ist, gerade bei Handynutzung von Kindern und Jugendlichen, da habe ich ein Bild mitgebracht. Diese Handystrahlung, die dringt sehr tief ein in den kindlichen Kopf. Zum Beispiel bei Fünfjährigen, bei Zehnjährigen, Erwachsenen, hier ab 21. Sie haben Unterschiede. Immense Unterschiede. Und die Hauptgefahr besteht einfach da drin, es ist alles im Verborgenen. Wir haben keine Sinne, wir können es nicht riechen, wir können es nicht wahrnehmen. Wir schmecken die Strahlung nicht, wir hören sie nicht. Alles nicht wahrnehmbar. Und darum habe ich mir heute gedacht, ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkel, habe ein Messgerät mitgebracht. Da kann ich Ihnen die Strahlung hörbar machen. Ich schalte einfach mal ein und jetzt haben wir schon vollen roten Bereich. Und ja, also ich bin mal so frei, ich habe es schon entdeckt. Ihr schnulles Telefon am Schreibtisch. Wir sehen jetzt schon, schon ist es im grünen Bereich. Herr Weiner, hier in unserem Computerraum, können Sie auch hier die Strahlung sichtbar machen? Bestimmt. Glauben Sie, dass bei der Strahlenbelasche sich ein Schüler konzentrieren kann? Gucken wir mal, wo er herkommt. Herr Weiner, wir befinden uns jetzt im oberen Stockwerk. Wie sieht es denn hier aus mit der Strahlung? Eindeutig, ne? Die Strahlenquelle da drüben, da kann ich jetzt keinen Stecker mehr ziehen. Da müssen Sie aktiv werden. Am besten mit Schreiben und mit direkten Druck an die Behörden und den Bildfunkbetreiber. Und denn eins ist klar, bei der Strahlenbelastung ist ein gesundheitsverträglicher Unterricht nicht machbar. Folgende Meldung aus Bayern bestätigt, dass unser Kursa-Filmbeitrag nicht wirklichkeitsfremd ist. Am 1. August 2007 berichtet Spiegel Online, der Bayerische Landtag gab die Empfehlung, an allen Schulen des Freistaates auf WLAN-Netze zu verzichten. In manchen Schulaufnahmeanträgen ist mittlerweile sogar folgender Passus zu finden. Ich bin ferner damit einverstanden, dass mein Sohn, meine Tochter im Falle der Aufnahme auch Unterricht unter Einsatz von WLAN erhält. Dass die Schulleitung sich hier rechtlich absichern möchte, zeigt, wie gefährlich diese Technologie ist. Welche Schule würde sich beispielsweise wegen dem Einsatz eines Tageslichtprojektors rechtlich absichern? Auch die Justiz bestätigt nun die Schädlichkeit der Mobiltelefone. Das Oberlandesgericht in Brescia, Norditalien, hat durch ein nun rechtskräftiges Urteil einen ursächlichen Zusammenhang bestätigt. Der Gehirntumor eines Angestellten ist auf sein geschäftlich bedingtes, stundenlanges Telefonieren mit Handy und schnurlos Telefon zurückzuführen. Das Urteil ist auch deshalb bahnbrechend, weil die Richter Industriefinanzierte Gutachten als nicht glaubwürdig ausschlossen und sich nur auf Industrieunabhängige stützten. Das höchste italienische Gericht in Rom hat dieses Urteil des Oberlandesgerichtes zwischenzeitlich bestätigt. Ein sehr spezielles Urteil. Wie wurde es begründet? Ja, es ist wirklich ein spezielles Urteil, weil es weltweit der erste Fall ist, der eine Berufskrankheit mit elektromagnetischer Strahlung als Ursache anmeldete. Das Gericht in Brescia hat also anerkannt und es hat bestätigt, dass ein sehr starker und intensiver Gebrauch des Mobiltelefons in den letzten zehn Jahren vorlag. Und zwar, weil ich das Handy und das schnurlose Telefon fünf bis sechs Stunden täglich für jeweils lange Gespräche benutzt habe. Und ich erinnere mich, dass ich oft nach diesen langen Telefonaten ein gerötetes und verschwitztes Ohr bzw. eine ganze linke Gesichtshälfte hatte. Das ist gewiss sehr alarmierend, doch ich möchte euch noch etwas anderes sagen, das auch in den Medien veröffentlicht wurde. Mein Arbeitskollege, der Handelsleiter war, auch er benutzte das Mobiltelefon im selben Ausmaß, wie ich es tat. Er ist an derselben Krankheit erkrankt. Auch ein anderer Mann von Casal Maggiore, circa 30 Kilometer entfernt von hier, er war Werkstattleiter und benutzte ein schnurloses Telefon acht Stunden am Tag, hat genau denselben Tumor bekommen. Das sind Fakten. Im Urteil, welches Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, wird auch ein Vergleich zwischen der Strahlung einer Atombombe und dem Mobilfunk erwähnt. Was können Sie dazu sagen? Ja, das Urteil bezieht sich an dieser Stelle auf einen Vergleich des CTU, welches der vom Berufungsgericht Presja beauftragte Arzt angefertigt hat. Dieser Vergleich besagt, dass der Mobilfunk mehr Schäden verursacht als zum Beispiel die Atombombe von Hiroshima. Der Unterschied ist jedoch, dass eine Atombombe einen zeitlich begrenzten Effekt ausübt. Dem Mobilfunk hingegen ist die ganze Menschheit jeden Tag über 24 Stunden und das an 365 Tagen im Jahr ausgesetzt. Ebenso bestätigen führende Experten, Wissenschaftler und Mediziner die schlimmsten Befürchtungen. Der Motorola-Insider Robert C. Cain, der mehr als 30 Jahre in der Telekommunikationsindustrie tätig war, kommt in seinem Buch Cellular Telephone Russian Roulette zu dem Ergebnis Ein Telefonat von zwei Minuten spiegelt sich eine Woche lang in veränderten Gehirnströmen des Nutzers wieder. Ein Handy-Telefonierer merkt von einem Gewebeschaden erst dann etwas, wenn die Kopfhaut, die sehr wenig Energie absorbiert, sich warm anfühlt. Da das tiefer liegende Gehirngewebe jedoch nicht zur Wahrnehmung von Temperaturanstiegen ausgelegt ist, kann der Gewebeschaden zu diesem Zeitpunkt bereits massiv und irreversibel sein. Leute Morgen, Elektroingenieur und Direktor der Hirntumorgesellschaft der USA, sagte 2009 im Interview mit der Zeitschrift Saldo, Hunderttausende Benutzer von Handys werden an einem Hirntumor erkranken. Handys sollte man bis zum 18. Lebensjahr verbieten. Das Tumorrisiko für Kinder ist wesentlich höher als für Erwachsene. Und noch etwas, das kann übrigens jeder im Internet selber nachprüfen. Die französische und auch die englische Regierung haben Empfehlungsschreiben an die Familien und an die Ärzte verfasst, in denen sie schreiben, dass Kinder bis 14 Jahren keine Mobiltelefone verwenden sollten, weil in dieser Entwicklungsphase, in der sich die kindlichen Organe der Jungen und Mädchen entwickeln, ein starker Gebrauch von Mobiltelefonen schwere pathologische Schäden verursachen kann. Diese Empfehlungen müssten eigentlich von allen zuständigen Stellen erlassen werden. Wir kommen nun zu einer sehr wichtigen Frage. Können die biologischen Wirkungen, die von der Mobilfunkstrahlung ausgehen, auch Krebs auslösen? Die Weltgesundheitsorganisation WHO gab am 1. Juni 2011 bekannt, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung, kurz IARC, hochfrequente elektromagnetische Strahlung in die Kategorie 2b auf der Liste der Krebsstoffe eingestuft hat. Zu diesem Ergebnis kamen 31 Experten aus 14 Ländern nach Auswertung von nahezu sämtlichen verfügbaren wissenschaftlichen Belegen. Diese neue Einstufung revidiert die bisherige Aussage, dass Funkstrahlen nur in der Lage wären, das Gewebe zu erwärmen. Denn Krebs gilt nachweislich als ein nicht-thermischer Effekt. Mit dieser Einstufung wird die Gefährlichkeit von elektromagnetischen Wellen mit der Gefahr von Benzindämpfen, Chloroform und dem Pflanzengift DDT gleichgesetzt. Trotz dieser Einstufung, trotz der bereits angeführten Studien, wie zum Beispiel der NILA oder der Salford-Studie, bleibt der Grenzwert weiterhin unangetastet. Und die Möglichkeit, dass Mobilfunk Krebs erzeugen kann, wird noch immer von den Betreibern und auch von der Politik vehement bestritten. Weil keine Beweise vorliegen. Herr Weiner, Sie sind ausgebildeter Funkelektroniker und bekannt durch viele Vorträge und auch zahlreiche Fernsehsendungen. Können Sie bestätigen, dass in Sendernähe ein sehr hohes Krebsrisiko besteht? Ja, die Einstufung von Mobilfunk als möglicherweise krebserregend durch die Weltgesundheitsorganisation halte ich nach meiner langjährigen Erfahrung für weit untertrieben. Also viele Bürgerinitiativen von überall her bestätigen mir, dass in Sendernähe und insbesondere in der Hauptstrahlungsrichtung, dass gerade dort in den Häusern vermehrt Krebs auftreten. Es sind alle Altersgruppen betroffen und die Menschen sterben dort. Und wir sehen es ja hier an dem Beispiel von dem Sender auf dem Hochhaus. Die Anlagen sind so ausgerichtet, dass sie direkt in die Ortskerne und in die Straßen und Häuser strahlen. Und wer das nochmal vertieft sich anschauen will, Ich empfehle da als gut medial dokumentierte Beispiele die Studie aus Müllendorf in Österreich und den Beitrag über das Krebsdorf Volturino in Italien. Da kann man vieles nochmal genau nachsehen. Aber die Praxis, wir sehen es wie gesagt hier, die Praxis ist in jedem Ort auf der ganzen Welt. Zahlreiche weitere ähnliche Berichte, die einen klaren Zusammenhang zwischen einer Häufung von Krebsfällen und der Nähe zu Mobilfunk-Senderanlagen erkennen lassen, haben uns erreicht. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet aus Steinbach-Hallenberg. Dort ist die Krebsrate achtfach erhöht. In mittelsten Nahe bei Cuxhaven sind von 260 Einwohnern mehr als 30 an verschiedenen Krebsarten erkrankt. In Großbritannien musste der Betreiber Utu in der Grabschaft Vorwigsha nach Protesten der Bevölkerung seinen Sender abbauen, nachdem es 31 Krebsfälle in einer einzigen Straße gegeben hatte. Italien, Radio-Vatikan-Studie. Epidemiologischer Nachweis, dass in sechs Kilometern um den Sender Kinderleukämie um 220 Prozent erhöht ist. Michelozzi 2001. Polen, Omega News. Mobilfunk-Turm des Todes. 55 Tote in Slupsk. Israel, Netanyah. Vierfaches Krebsrisiko in Sendernähe. Bürgerwelle, Schweiz. Neuseeland, Sherry-Studie. Kausaler Zusammenhang von Tumorfällen und Anzahl der aktiven Sender in Abhängigkeit der Distanz. Sherry, 1999. Neues Deutschland berichtet am 19. Februar 2002. Auf einer Protestkundgebung in Coburg 2002 sagte der Atomphysiker und stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖDP, Professor Klaus Buchner, Die von Mobilfunkanlagen ausgelösten Gesundheitsschäden wie die Schädigungen von Hirnzellen und der Erbsubstanz sowie Blutbildveränderungen sind bestens dokumentiert. Bezogen auf die zu hohen Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung betonte Buchner, Das ist Mord. Es werden Menschen daran sterben. Zum Schutz des Lebens ist es nötig, die Verantwortlichen wegen Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen. Wir fassen den dritten Teil unserer Dokumentation zusammen. Die hochfrequente Strahlung schädigt unser Leben in erheblichem Ausmaß. Da dies nicht durch Hitzestress verursacht wird, können nur biologische Vorgänge die Ursache sein. Nun gehen wir in die nächste Stufe der Beweisführung über und klären nun im vierten Teil unserer Dokumentation, ob diese Schädigungen durch Fallbeispiele aus der Praxis bestätigt werden können. Wir können im Rahmen dieser Dokumentation nur allenfalls die Spitze des Eisberges zeigen, denn tausende von Fällen haben sich weit unterhalb der gültigen Grenzwerte ereignet. Wir zeigen nun zwei Fallbeispiele. Friedrich Stengel, ein Landwirt aus Oettingen in Bayern. Neben seinem Bauernhof wurde 1997 eine Mobilfunkantenne errichtet. Dann begann eine Odyssee. Mein Name ist Friedrich Stengel, wohne in Oettingen. Ich möchte kurz erzählen, was wir erlebt haben, seit die Antenne 1997 errichtet wurde. Aufgefallen ist uns schon im Frühjahr 1998, dass die Schwalben und viele andere Zugvögel weggeblieben sind. Damals wusste man eigentlich noch nicht, dass diese Strahlung schädlich ist. Haben wir erst Jahre später durch Blutbilduntersuchungen usw. dann erst festgestellt. Bei den Kühen schon im Frühjahr, Sommer durch 1998, zeigte sich, dass die Fruchtbarkeit immer schlechter wurde. Und auch der Gesundheitszustand sich verschlechterte. Innerhalb zwei Jahren nach Errichtung der Antennen haben wir unseren gesamten Kuhbestand von durchschnittlich acht bis neun Kühen verloren. Und ca. 10 totgeborene Kälber. Die ganze Geschichte hat sich immer weiter verschlimmert. Die Kühe wurden kaum mehr trächtig und immer wieder sind Kühe an Immunschwäche verendet. Bis der Tierarzt einmal zum Fenster rausgeschaut hat und sah die Antenne. Hat er gesagt, wir machen mal Blutbilder. Das große Blutbild. Und haben dann festgestellt, dass die Lymphozyten total im Keller waren. Nur noch, ich habe hier Blutbilder, nur noch 21% der Lymphozyten waren vorhanden. Auch das Stresshormon Cortisol haben wir untersucht. Vom Referenzbereich auch nur 10 bis 20% noch da. Cortisol, Stresshormon. Und auch viele andere Hormone waren wahrscheinlich dadurch auch verändert. Kann man nicht alle untersuchen, ist viel zu teuer. Und das hat sicher die Auswirkungen, dass die Tiere nicht mehr trächtig werden. Und wenn sie trächtig werden, die Kälber entweder totgeboren oder früh geboren, schwach geboren werden und dann daran verenden. Bilanz bis heute, über 30 verendete Kühe, alle an Immunschwäche. Wir lassen jedes Jahr Blutbilderzeite machen, eindeutig belegt. Und weit über 100 totgeborene, früh geborene, schwach geborene Kälber. Und das alles bei einem durchschnittlichen Kuhbestand von 8 bis 9 Kühen. Allein in den letzten drei Monaten haben wir wieder drei Kühe verloren. Die vierte liegt da, wahrscheinlich auch demnächst soweit. Der andere ist noch der klägliche Rest, der noch da ist. Zwischendurch haben wir uns mal an die Politik gewandt und an den Betreiber, T-Mobil. Wir sollen doch die Antenne abbauen. Reaktion war, Amtstierarzt stand vor der Tür. Mit dem Auftrag, er solle hier die Ursachen der Probleme finden. Hat er dann zwei Jahre verzweifelt versucht, Blutproben genommen, alles untersucht, alles, aber nichts anderes gefunden. Weder Virus, andere Viruskrankheiten, noch sonst irgendwas. Bodenbelastung, Luftbelastung, alles untersucht. Zwei Jahre intensiv. Nach zwei Jahren, wie er gegangen ist, hat er gesagt, ja, es kann nur an dem liegen, Strahlenbelastung. Blutbilder sind eindeutig. Er wird sich darum kümmern, die Antenne muss weg. Das war vor sieben Jahren etwa. Bis heute haben wir von dem Mann nichts mehr gehört. Maulkorb verhängt, sagt auch zu dem Thema nichts mehr. Dann zwei Jahre hat er da untersucht, im Auftrag vom Bayerischen Umweltministerium. Im dritten Jahr rufe ich an, in München, im Umweltministerium. Es war zu Zeiten Stäubers und Schnappauf. Ja, was jetzt los ist, wann wurde die Antenne abgebaut, die Untersuchungsergebnisse sind doch eindeutig. Ja, da wurde die Dame am Telefon ausfällig, die Amtstierärztin vom Umweltministerium. Ja, was ich schon wieder will, das ist doch immer das Gleiche, es kommt immer das Gleiche raus, was will ich denn schon wieder? Da habe ich gesagt, ja klar, solange die Antenne da ist, ist immer das Gleiche. Dann wurde sie noch ausfälliger und hat gesagt, ja, sparen Sie sich in Zukunft Ihre Briefmarken, Ihre Telefongebühren. Für uns sind Sie gestorben. Muss man sich wirklich so anhören, wortwörtlich so gesagt. Und seitdem herrscht da Funkstelle. Antenne ist immer noch da, Probleme sind immer noch da, werden jetzt wieder schlimmer. Seit Umstellung auf LTE ist zu beobachten, dass die Tiere jetzt aggressiv werden, teilweise aggressiv und wieder massiv die Unfruchtbarkeit weiter gestiegen. Und wie gesagt, Gesundheitszustand verschlechtert sich weiter. LTE gibt der Sache noch den Rest. Ein weiterer Betroffener ist Ulrich Weiner. Er ist hochgradig, elektrosensibel und kann nur noch im Wald in Funklöchern leben. Wir haben ihn besucht. Ich habe mich als Kind schon sehr früh für diese Funktechnik interessiert. Ich habe dann mit 18 Jahren eine Firma gegründet für Funktechnik. Selber diese Technik sehr intensiv genutzt. Ich habe nie irgendwas gemerkt. Und dann begann es mit Konzentrationsstörungen, mit Kopfweh nach jedem Handy, Telefonat. Und die erste Zeit habe ich natürlich immer gedacht, naja, hast du halt schlecht geschlafen oder hast du halt viel Stress. Aber ich habe es nie auf die Funkwellen geschoben. Und dann hat es sich gesteigert über Sehstörungen, Sprachstörungen, Herzrhythmusstörungen bis hin zum Zentralausfall vom Nervensystem. Und dann musste ich 2002 nach dem ersten Zusammenbruch wirklich Konsequenzen ziehen. Und bin dann hier rausgegangen in die letzten Funklöcher Deutschlands hier mitten in die Wälder. Und seitdem lebe ich hier draußen vollkommen funkfrei. Ich möchte Ihnen vielleicht mal einige Fälle aus meiner Praxis erzählen. Wo Mobilfunk die Ursache war. Das ist oft gar nicht so leicht in Zusammenhang zu bringen. Ich hatte zum Beispiel ein Kind, das war 5 Jahre alt. Galt im Kindergarten als hyperaktiv. War untragbar für die. Bekam dann auch zusätzlich epileptische Anfälle. Die haben dann die Uniklinik in Würzburg aufgesucht. Und die haben denen empfohlen, also auch das Kind dann verordnet, Ritalin. Und Antiepileptika, also Mittel gegen Epilepsie. Die Eltern wollten das auch aber nicht und kamen dann zu mir. Dann habe ich Blut dunkelfällt, also Blut abgenommen. Und habe gesehen, dass das Blut total verklumpt ist. Obwohl das Kind nicht selbst mobil telefoniert hatte. Die Eltern hatten zwei schnurlose Haustelefone im Einfamilienhaus. Und das war die Ursache. Ich habe sie vor die Wahl gestellt, entweder Kind oder mobil telefonieren. Sie haben sich Gott sei Dank für das Kind entschieden. Sie haben das abgesetzt, haben ein normales Schnurrtelefon installiert. Nach kurzer Zeit ging es viel besser. Das ist inzwischen ein geschultes Kind. Ist Klassenbester und wird für soziales Verhalten gelobt. Hat nie irgendwelche Medikamente in dieser Richtung genommen. Ich hatte eine Patientin in 88 Jahren. Die war geistig und soweit fit. Die ist in zwei Wochen, dreimal ins Krankenhaus eingeliefert worden wegen Bluthochdruckattacken. Obwohl sie vier Tabletten vom Arzt hatte. Und die Patientin habe ich dann gesagt, jetzt Schluss. Schnurrlos Haustelefon weg. Die hat manchmal vier Stunden telefoniert oder länger. Normales Telefon installiert im Schlafzimmer eins. Die Dame ist jetzt, braucht überhaupt keine Blutdrucktabletten mehr vom Arzt. Vier Tabletten sind weg. Sie nimmt ein paar Globuli. Und der Blutdruck ist stabil seit einem Dreivierteljahr. Auf dem Markt werden ja oft Abschirmchips und alles Mögliche offeriert, um die Mobilfunkbelastung zu verhindern oder abzuschwächen. Aus meinem Test geht eindeutig hervor, dass das nicht funktioniert. Ich hatte Architekt, der hatte alles Mögliche Abschirmmaßnahmen an seinem Handy vorgenommen. Nach der Dunkelfeldkontrolle, nach dem Telefonieren, war keinerlei Schutz. Es war totale Verklumpung. Selbst einer, der mir besonderer Steine genommen hatte. Es hat nichts geändert. Die Verklumpung bleibt. Wir fassen zusammen. Wissenschaftliche Studien, Schädigungen an Menschen, Tieren und Pflanzen sowie Fallbeispiele aus der Praxis belegen eindeutig, dass die Gefahr durch die Mikrowellenstrahlen der Mobilfunksender nicht von einem Wärmeeffekt, sondern von biologischen Prozessen ausgeht. Die gesetzlichen Grenzwerte sind somit ein offensichtlicher Betrug an der Bevölkerung. Selbst die Mobilfunkbetreiber können diese Fakten nicht mehr leugnen. In einer offiziellen Patentanmeldung der Swisscom AG zur Reduzierung von Elektrosmog in drahtlosen lokalen Netzwerken, kurz WLAN, geben die Mobilfunkbetreiber diesen Betrug offen zu. Sie räumen ein, dass die Schädigung der Erbsubstanz menschlicher Blutzellen bei Bestrahlung mit elektromagnetischen Feldern klar nachgewiesen ist und dass es Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko gebe. Somit bestätigen selbst Mobilfunkbetreiber die biologische Wirkung der Strahlung. Somit können wir die Beweisführung dieser Dokumentation abschließen, denn die Fakten könnten eindeutiger nicht sein. Wenn nun die Beweislage für jedermann offensichtlich ist, dann muss zwangsläufig im fünften Teil unserer Dokumentation eine weitere Frage gestellt werden. Warum wird nicht unverzüglich gehandelt, um die Bevölkerung zu schützen? Wir befinden uns in Kempten vor dem Gesundheitsamt. Hier geschah es 2007, dass selbst Untersuchungen von Ärzten ignoriert wurden. Im Mai 2007 übergaben Kemptener Hausärzte den örtlichen Gesundheitsbehörden eine vergleichende Untersuchung, die anhand von Blutbildern bewies, dass um örtliche Basisstationen herum bei Anwohnern der Melatonin- und Serotoninwert signifikant sinkt. Der Bericht wurde ignoriert. In Bayern gab es auf einer Veranstaltung eine Auseinandersetzung mit einem Vertreter der Gesundheitsbehörde. Dr. Hartmann wurde von den Betroffenen gefragt, warum das Gesundheitsamt es abgelehnt habe, solche amtsärztlichen Untersuchungen durchzuführen. Er führte aus, dass die bayerische Staatsregierung per behördeninternem Schreiben den Gesundheitsämtern untersagt hat, dass die Amtsärzte bei Berichten über gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit Mobilfunksendern aktiv werden. Es sei ihnen von der Staatsregierung verboten worden, amtsärztliche Gutachten zu erstellen. Die Ignoranz geht aber noch weiter. Eine Ärzte-Delegation übergab 2006 dem Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, eine 700-seitige Dokumentation von strahlungsbedingten Krankheitsfällen. Bis heute wird ihm unter Zuhilfenahme durchsichtiger Schutzbehauptungen nicht nachgegangen. Wir befinden uns vor dem Gesundheitsamt in Stuttgart. Eine örtliche Bürgerinitiative fasst das Verhalten der Behörden wie folgt zusammen. Gesundheitsvorsorge wird zur organisierten Unverantwortlichkeit. Die Gesundheitsbehörden lehnen es einfach ab, sich mit dem Thema zu befassen. Weil in der Verordnung festgelegt ist, dass man unterhalb des Grenzwertes nicht krank wird, kann man auch nicht krank werden. Das ist so verordnet. Der verordnungswidrig krank gewordene Bürger passt nicht in diese Ordnung. Er wird als Simulant oder psychisch gestört eingeordnet. So kann man die Realität entsorgen. Hier im Hintergrund sehen Sie das Bundesamt für Strahlenschutz. Im gleichen Gebäude ist auch der Sitz der ICN-IRP, jenem privaten Verein, der den Grenzwertbetrug eingefädelt hat. Erklärt dies vielleicht auch, warum das Bundesamt die Strahlen vor den Menschen schützt und nicht die Menschen vor den Strahlen? In den Broschüren Die Fälscher und von subtiler Fälschung zur Wissenschaftskriminalität wird anhand veröffentlichter Dokumente bewiesen, dass Forschungen sowohl durch das Bundesamt für Strahlenschutz als auch von der Bundesregierung vorsätzlich gefälscht wurden. Darüber hinaus wurden Forschungen verhindert, verzögert, verschwiegen oder einfach ignoriert. Prof. Dr. Med. Franz Adelkofer, Leiter der Reflex-Studie und somit ein Insider, stellt in einem ähnlichen Zusammenhang fest. Der Wahrheit am nächsten dürfte die Annahme kommen, dass selbst dem Bundesamt für Strahlenschutz auf Weisung von oben die Hände gebunden sind. Die Faktenlage ist eindeutig und lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Wenn Berge von Beweismaterial ignoriert werden, dann kann dies nicht mehr mit Fahrlässigkeit von einzelnen Beamten begründet werden, sondern es geschieht vorsätzlich auf Weisung von oben. Hier wird somit die Gesundheit ganzer Völker wissentlich geopfert. Zu Recht sprechen die Autoren der zitierten Schriften von Kriminalität, denn das hier dokumentierte Verhalten von Behörden und Politik ist im höchsten Maß kriminell. Somit ist unsere Dokumentation zu einem Fall für die Justiz geworden. Deshalb müssen wir nun im sechsten Teil die Frage stellen, in welche verbrecherischen Hände ist die Regierung geraten? In diesem Teil möchten wir den Einfluss den Lobbyverbände ausüben, genauer unter die Lupe nehmen. Wir beginnen mit dem Einfluss auf die Politik. Der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer bestätigte den zu großen Druck der Pharma-Lobby gegenüber der Politik in einer Frontal 21-Sendung am 26. Juli 2006 im ZDF. Er äußerte sich zu dem Rückzug der Politik in bestimmten Entscheidungen wie folgt. Das ist so, seit 30 Jahren bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft, im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind, wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Auf die Entrüstung der Journalistin, dass es doch nicht sein kann, dass die Industrie stärker ist wie die Politik, begegnete Seehofer ihr wie folgt. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft. Und zwar sehr wirksam. In einem zweiten Interview am 20. Mai 2010 in der ARD bestätigte Seehofer die Aussage mit anderen Worten. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Klagemauer TV Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Mobilfunk und Pharma-Lobby bestimmen. Die Gesundheit der Bevölkerung wird auf dem Altar der Profitgeher geopfert. Hierzu nun ein weiterer Auszug aus der Broschüre, die Fälscher. Angesichts dieser Faktenlage muss man feststellen, bei der Frage der gesundheitlichen Gefahren durch die neue Kommunikationstechnologien handelt es sich nicht um einen Wissenschaftsstreit, sondern um einen Gegensatz zwischen wirtschaftlichen Interessen einer Industriebranche und des Staates einerseits und gesundheitlichen Interessen der Bevölkerung andererseits. Somit kommen wir nun zum Einfluss, den die Lobbyverbände auf die Wissenschaft ausüben. Prof. Erich Schöndorf war Staatsanwalt im Holzschutzmittelprozess und ist somit ein Insider. Er sagt, Zahlreiche Sachverständige begutachten einfach falsch. Sie irren nicht, sie lügen. Und sie lügen mit Kalkül, immer zugunsten des am Verfahren beteiligten wirtschaftlich Mächtigeren, des Unternehmens, des Konzerns, des Herstellers. Nie zum Vorteil der kranken Kläger. Was die Sachverständigen tun, ist kein Freundschaftsdienst, sondern Teil eines Geschäftes. Unwahrheit gegen Cash. Dafür dürfen sich die Unternehmen etwas wünschen, und zwar günstige Expertisen. Die bekommen sie auch, ansonsten wäre die geschäftliche Beziehung gefährdet. Ein zweites Beispiel. Prof. Peter Sem forschte viele Jahre für die Telekom. In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung stellt Prof. Sem klar, gesichert ist, dass es neben der Erwärmung wie bei einem Mikrowellenherd auch weitere biologische Wirkungen von gepulster elektromagnetischer Strahlung, wie sie Handys ausstrahlen, gibt. Die Telekom verbot Dr. Sem die Veröffentlichung dieser unerwünschten Ergebnisse. Aus den Untersuchungen von Prof. Sem ergibt sich folgende Schlussfolgerung. Die Telekom weiß aus eigenen Versuchen, dass es weit unterhalb der Grenzwerte zu gesundheitlichen Störungen kommt, behauptet aber öffentlich, die Grenzwerte wären sicher. Dies bedeutet im Klartext, die Mobilfunkbetreiber schädigen aus Profitgier wissentlich die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung. Dies ist vorsätzliche Körperverletzung und somit Kriminalität im Hochgrad. Auch die Zeitschrift NaturArts vom Dezember 2007 berichtet. Wissenschaftler, die im Auftrag der Industrie geforscht haben und alarmierende Ergebnisse veröffentlichten, wurden diffamiert, bedroht und entlassen. Die Autoren der Broschüre, die Fälscher, fassen zusammen Mehr als die Hälfte der Mobilfunkforschung wird von der Mobilfunkindustrie bezahlt, die sich dafür Leute ihres Vertrauens aussucht. Wer nun aber glaubt, dass der Staat für eine ausreichende Kontrolle und die Förderung unabhängiger Wissenschaftler sorgt, wie es seine Aufgabe wäre, täuscht sich. Der Staat ist über die Telekom selbst Mobilfunkunternehmer. Er hat sich und die Gesundheit der Bevölkerung für 50 Milliarden UMTS-Lizenzgebühren verkauft. Das Baurecht entbürokratisiert, Sicherheitsprüfung entschärft und seine Behörden gleichgeschaltet. Freie Bahn dem Antennen-Wildwuchs. Wir kommen zum Einfluss, den die Lobbyverbände auf die Medien ausüben. Die meisten großen wissenschaftlichen Zeitungen und die großen Medien veröffentlichen fast nur noch Berichte, die Entwarnung geben. Marc Lutz, Werbefilmstudent, machte die Probe aufs Exempel und schrieb ein Exposé für eine Dokumentation über Strahlungsschäden durch Mobilfunk und bot die Story führenden TV-Sendern und bekannten Zeitschriften an. Hier die Reaktion eines bekannten TV-Senders. Sie möchten uns einen Film über Strahlungsschäden durch Mobilfunk anbieten? Es war ein super Thema, aber haben Sie auch überlegt, wer bei uns die Werbespots schaltet? Bitteschön. In den Medien findet eine Zensur statt. Lebenswichtige Informationen werden der Bevölkerung aus Profitsucht bewusst vorenthalten. Auch dies ist ein kriminelles Verhalten. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass die Lobby sowohl die Wissenschaft wie auch die Medien und sogar die Politik kontrolliert, gehen wir nun zur siebten Stufe weiter und stellen die Frage, gibt es noch tiefere, verborgene Hintergründe? Wer kontrolliert bzw. wer überwacht eigentlich die Lobby? Wussten Sie zum Beispiel, dass unser modernes Mobilfunknetz gleichzeitig ein gigantisches Überwachungsnetz ist? Warum muss bei jedem Handykauf die Personalausweisnummer registriert werden? In jedem Handy ist von Anfang an die Überwachungsmöglichkeit inklusive Wanzenfunktionen implementiert. Hierdurch ist es möglich, dass jeder Handynutzer zu jeder Zeit und überall geortet werden kann. Jedes Gespräch kann abgehört werden und jede Bewegung registriert werden. Es ist ein Schritt in die Richtung des gläsernen Bürgers. Wenn der Handyempfang lückenlos ist, bedeutet das, dass tatsächlich jeder Handybenutzer überall und jederzeit geortet werden kann. Fazit Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte war es die Absicht der Mächtigen und Herrschenden, dass sie alles überwachen und kontrollieren können. Noch nie gab es jedoch eine derart lückenlose und perfekt getarnte Überwachungsmöglichkeit wie heute. Das berühmte Buch 1984 von George Orwell ist keine fiktive Geschichte mehr. Es ist Realität. Jeder, der ein Handy benutzt, ist automatisch im Überwachungsnetz gefangen. Doch neben dem Überwachungsnetz kann das Mobilfunknetz gleichzeitig auch als militärische Waffe zur Bewusstseinskontrolle missbraucht werden. So wurde in den Jahren 1962 bis 1979 die amerikanische Botschaft in Moskau durch die russische Regierung mit Mikrowellen bestrahlt. Aufgrund dieser Mikrowellenbestrahlung starb schließlich ein Drittel der Angestellten der amerikanischen Botschaft an Krebs. Die Sowjets wussten um die biologische Wirksamkeit dieser Mikrowellenstrahlung weit unterhalb der Grenzwerte. Obwohl die Amerikaner gegen die Bestrahlung protestierten, konnten die Sowjets diese doch fortsetzen. Mit dem Argument, dass die Bestrahlung um das 10.000-fache niedriger sei als der Grenzwert für Mobilfunkstrahlung. Der Wissenschaftler Tim Reifert erforschte diese Mikrowellenwaffen. Er fand heraus, dass die Sowjets damals die Frequenzen unseres heutigen Mobilfunknetzes benutzten, nämlich 900 MHz und 1800 MHz. Es sind genau die Frequenzen unseres heutigen D-Netzes und E-Plus-Netzes. Auch das folgende Zitat stammt von ihm. Es ist eine Regel der Geheimdienste, etwas im Offenen zu verstecken. Die Bevölkerung dahin zu bringen, Mikrowellen, Bewusstseinskontrollwaffen, die ihr Verhalten beeinflussen, unter dem Deckmantel der Mobiltelefone zu akzeptieren, war ein Geniestreich. Dass die Menschen auch noch für diese Bewusstseinskontrolliergeräte bezahlen, damit ihr Gehirn und ihr Verhalten geschädigt werden können, um sie einfacher kontrollierbar und gefügig zu machen, ist ein teuflischer Genius. Wir fassen zusammen. Wir haben gezeigt, dass die gültigen Grenzwerte für gepulste elektromagnetische Mikrowellen ein offensichtlicher Betrug am Volk sind. Die Grenzwerte schützen uns nicht, sie täuschen uns. Die aufgezeigten Schädigungen an Menschen, Tieren und Pflanzen beweisen, dass diese Technologie gegen das Leben gerichtet und daher so lange abzulehnen ist, bis eine unschädliche Alternative gefunden worden ist. Die Zwangsbestrahlung der gesamten Bevölkerung wurde durch die Macht der Lobby legalisiert und wird nun von den Behörden toleriert. Aus diesem Grund ist eine Umkehr der Beweislast notwendig. Die Industrie muss die Unschädlichkeit ihrer Produkte beweisen. Nicht länger darf der Geschädigte die Beweislast tragen. Die Argumentation der Mobilfunkbetreiber, dass Schädigungen nicht erwiesen wären, darf nicht länger akzeptiert werden. Diese Argumentationsweise ist letztlich nur der Beweis, dass es den Betreibern in keinster Weise um die Gesundheit der Bevölkerung geht, sondern sie nur von skrupellosen wirtschaftlichen Interessen getrieben werden. Ansonsten würden sie bereits im Verdachtsfall die Sendeanlage vorsorglich abschalten, bis zur vollständigen Klärung der Unschädlichkeit. Was können wir tun? Klaus Weber, Verfasser der Broschüre Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr, hat etwas getan. Wir haben ihn dazu interviewt. Wir schalten nun um nach Heilbronn. Herr Weber, was hat Sie dazu bewegt, diese Informationsbroschüre zu verfassen? Das Ausmaß der Schädigungen, die durch diese Technologie verursacht werden, haben mich zutiefst geschockt. Fast alle Bürger sind davon betroffen. Und die allermeisten sind sich der Gefahr überhaupt nicht bewusst. Hier musste ich einfach handeln. Ich habe meine Arbeitszeit um 50 Prozent reduziert und habe über Monate recherchiert, um diese Broschüre verfassen zu können. Dieses Verbrechen muss an das Licht der Öffentlichkeit. Wie können wir Ihrer Meinung nach konkret etwas gegen die Zwangsbestrahlung tun? Sollten wir in erster Linie durch Aufklärungsarbeit den Betrug der Mobilfunklobbys aufdecken? Sicherlich ist die Aufklärungsarbeit der erste Schritt, um die verborgene Gefahr des Mobilfunks ans Licht zu bringen. Jede Medaille hat jedoch zwei Seiten. Wir können nicht auf der einen Seite die Mobilfunklobby an den Pranger stellen und auf der anderen Seite nicht einmal bereit sein, ein kleines Opfer zu bringen, nämlich auf das Handy zu verzichten. In letzter Konsequenz finanzieren wir selbst die Mobilfunklobby. Ulrich Weiner hat es auf den Punkt gebracht. Er hat in einem Vortrag gesagt, diese Technik ist ein Angriff auf die Familie. Es ist ein Angriff auf unser Leben. Es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen. Und das ist absolut konsequenter Verzicht. Es gibt keinen anderen Weg. In Ihrer Broschüre schreiben Sie darüber hinaus von Passivtelefonieren. Genau. Passivtelefonieren ist weitaus gefährlicher als Passivrauchen, weil zum Beispiel unser Blut verklumpt. Jeder Handynutzer trägt durch sein Verhalten zu einer riesigen Gesamtproblematik bei. Handytelefonieren ist keine Privatsache. Denn man schädigt nicht nur sich selbst, sondern auch sein Umfeld. Man muss sich beim Telefonieren bewusst sein, dass die Menschen, die in Sendernähe wohnen, durch dieses Telefonat stärker bestrahlt werden. Je mehr wir telefonieren, umso mehr Masten müssen gebaut werden. Mobilfunknetz und Gesundheitsschutz sind unvereinbare Gegensätze. Herr Weber, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Damit sind wir am Ende unserer Dokumentation angelangt, mit der wir Ihnen lebenswichtige Informationen vermitteln wollten. Dieser Dokumentarfilm ist aber auch an Betreiber, die diese Fakten hartnäckig leugnen, an sogenannte Wissenschaftler, die vertuschen, an Politiker, die ignorieren und an die Medien, die verschweigen, gerichtet. Jeder von ihnen wird für sein verantwortungsloses Handeln zur Rechenschaft gezogen werden, denn das Licht wird die Ungerechtigkeit aufdecken. Wir danken Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. In der Erwartung, dass wir durch diesen Film die verschwiegene Gefahr des Mobilfunks ans Licht bringen konnten und Sie nun mithelfen, dieses gefährliche Schweigen zu durchbrechen, verabschieden wir uns von Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.